Zum politischen Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Jürgen Hart, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Grüße in Berlin. Guten Tag. Am Tag nach dem Luftschlag gegen Assad haben Sie gesagt, die Indizien sind erdrückend, dass der syrische Diktator Assad im Kampf gegen die Opposition chemische Waffen einsetzt. Jetzt natürlich die Frage, Indizien oder Beweise? Wir haben in den letzten Jahren häufiger erlebt, dass chemische Waffen im syrischen Konflikt eine Rolle spielten. Wir haben teilweise auch Untersuchungen der internationalen Behörde zur Durchsetzung des Chemiewaffensperrvertrages erlebt. Und wir haben eigentlich immer feststellen können, dass diese Art von Chemiewaffen, die dort eingesetzt war, von gleicher Herkunft war. Und dass auch die Art und Weise, wie sie jeweils eingesetzt und ausgebracht wurde, etwa in Form der Granaten, doch nur mit Mitteln verschossen werden kann, die auch tatsächlich in der Hand der Regierungstruppen sind. Es war leider immer so, dass die Behörde nie die Erlaubnis bekam, im Rahmen ihres Mandats der Vereinten Nationen auch Ross und Reiter zu benennen. Sie hat jeweils immer alle lisiert, aber sie hatte kein Mandat, keine Erlaubnis, daraus entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Das haben wir dann getan. Und wir sehen ja im Augenblick auch eine Untersuchung, die zunächst einmal stark behindert worden ist von den syrischen Kräften, weil man offensichtlich etwas zu verbergen hat. Ich gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten Tagen eine weitere Bestätigung dafür bekommen, dass Assad tatsächlich noch über diese Waffen verfügt hat. Und deswegen hat die Kanzlerin auch gesagt, das ist ein gerechtfertigter Angriff. Aber gleichzeitig hat sie auch gesagt, und schon vorher, wir machen da aber militärisch nicht mit. Also sich waschen, aber nicht nass machen. In diesem Fall würde dieses Sprichwort zutreffen? Das ist eine absolut, wie ich finde, falsche Darstellung. Zum einen haben wir die rote Linie des Einsatzes von Chemiewaffen immer selbst auch so gezogen. Es war nicht zuletzt Deutschland, das maßgeblich an der Vernichtung der von Assad ausgelieferten Chemiewaffenbeständen vor zweieinhalb Jahren beteiligt war. Letztlich sind die chemischen Rückstände sogar in Deutschland entsorgt worden. Und Deutschland hat immer gesagt, es muss eine diplomatische Lösung für den Syrien-Konflikt geben. Der Einsatz von Waffen gegen Assad von außen ist eben gerechtfertigt, gegen die Fähigkeit, chemische Waffen auszubringen. Das ist, wie ich finde, in beachtlicher Weise am Samstagmorgen geschehen, mit einem sehr präzisen Luftschlag der drei Partner. Und deutsche Fähigkeiten sind von unseren Partnern für diesen Einsatz nicht angefordert worden. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt auch in besonderer Weise auf der diplomatischen Bühne gefordert sind. Ja, aber auf Dauer geht das auch nicht. Wenn wir zum Beispiel einen Sitz im Sicherheitsrat wollen, einen Ständigen und dergleichen, dann müssen wir uns doch irgendwie noch vielleicht ein bisschen anders beteiligen, oder? Ich habe keinen Vorwurf von unseren Partnern gehört, dass Deutschland sich zu weit zurückhalten würde. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Deutschland bei insgesamt bei den UN-mandatierten, internationalen, friedenserhaltenden oder friedensschaffenden Maßnahmen mit in der ersten Reihe steht. Wir haben gerade im Bundestag wieder eine Verlängerung und sogar Aufstockung einzelner Bundeswehrmandate im Ausland beschlossen. Wir werden in dieser Woche über eine deutliche Erhöhung der Zahl der deutschen Soldaten in Mali sprechen, wo wir andere NATO-Partner, andere Partner des UN-Einsatzes entlasten. Also insofern gibt es diesen Vorwurf an die deutsche Adresse so nicht, wenn ich mit den Kollegen im Ausland rede. Und ich finde, wir sollten dann innerhalb Deutschlands auch nicht diese Geschichte weiter betreiben. Ja, deswegen reden wir jetzt mal noch über Assad und über Russland. Also zwei Sätze dazu. Mit Assad gibt es keinen Frieden in Syrien und ohne Russland auch keinen Frieden in Syrien. Beide Stimmen? Es ist leider die Quadratur des Kreises, die uns da gelegen muss. Russland hat ein konkretes Interesse an Syrien in erster Linie in militärischer Hinsicht. Russland möchte nach meiner Einschätzung seine Militärbasen in Syrien dauerhaft erhalten. Und Russland sieht Assad als Garanten dafür an, dass das gelingen kann. Für den Fall, dass Syrien in einen freiheitlich-demokratischen Staat übergehen würde mit einer demokratisch legitimierten Regierung, stellt sich ja die Frage, ob diese Regierung, ob das syrische Volk solche russischen Militärbasen weiter dulden würde. Denn das müsste das syrische Volk ja wirklich dann frei und selbst entscheiden können. Das weiß Russland, dass das gefährdet ist. Und deswegen stehen sie an der Seite Assads. Umgekehrt müssen wir unsererseits feststellen, dass unsere Erwartung, dass es Assad auch mit russischer Unterstützung nicht gelingen würde, die Herrschaft im Land wiederherzustellen, dass diese Einschätzung wohl falsch war. Wir stehen in einer Situation, wo Assad tatsächlich Tag für Tag zusätzlich Macht in seinem Land zurückgewinnt, mit Rückendeckung der Russen. Und deswegen muss der Friedensprozess, der angestoßen wird, eben diese Dinge alle mit ins Kalkül ziehen. Und ich habe deswegen gesagt, es wird keine dauerhafte Friedenslösung für Syrien mit Assad geben. Dem Volk wird dieser Diktator als Herrscher nicht zu mutbar sein. Aber wir können jetzt in Friedensverhandlungen auch nicht so einfach tun, als wäre Assad und sein Regime bereits zur Seite geschoben. Es muss in irgendeiner Weise eine goldene Lösung geben, die Russlands Erwartungen an diesen Friedensprozess ebenso zufriedenstellt, wie unsere Erwartungen, dass das Land eines Tages tatsächlich in eine freiheitliche, demokratische Ordnung übergehen kann. Sie haben das gerade so schön gesagt, irgendeine. Aber wir fragen natürlich nach, was denn irgendeine heißen könnte. Oder ob Sie eine Vorstellung haben oder ob es schon irgendeine Bewegung in eine Richtung gibt. Oder ob das quasi dem Außenminister überlassen wird, wie er das dann irgendwie mit den anderen Kollegen aushandelt. Es gab im November 2015 die Wiener Konferenz unter faktischer Leitung des russischen und des amerikanischen Außenministers. Dort gibt es ein zweiseitiges Papier, in dem beschrieben ist, wie Syrien in Zukunft aussehen soll. Und dieses Papier ist verabschiedet worden in einer Wiener Konferenz, an dem nicht nur Oppositionskräfte Syriens und andere Regionen, andere Staaten der Region, ja sogar Iran und Saudi-Arabien mitgewirkt haben. Das ist im Grunde das Ziel, auf das wir zuarbeiten. Und jetzt im Blick auf die Fortsetzung des Genfer Prozesses glaube ich, dass wir zunächst Waffenstillstand in Syrien herstellen müssen. Da muss Russland massiv helfen. Wir müssen die humanitäre Lage im Land verbessern. Wir müssen humanitären Zugang gewährleisten. Und wir müssen internationale UN-mandatierte Aufklärungsmöglichkeiten nutzen und eine freie Bewegungsfähigkeit, zum Beispiel für die Vertreter der Chemiewaffenbehörde in Den Haag, damit wir tatsächlich sicherstellen können, dass diese Waffen nicht mehr im Land vorhanden sind. Und wenn wir so weit kommen, dann glaube ich, werden auch die Oppositionskräfte, dann werden alle wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Und dann setze ich ein Stück drauf, dass der Verhandlungsweg dann auch eine gewisse eigene Dynamik entfaltet. Immerhin muss es Russland ja klar sein, dass es mit Assad auf Dauer keinen Frieden geben kann. Also wenn Russland an einem stabilen, von mir aus russlandfreundlichen Syrien der Zukunft interessiert ist, dann wird es auch nicht, dass Russland mit Assad an der Spitze sein. Und letztlich muss auch Präsident Putin einen Ausweg aus dieser Sackgasse finden, in der er sich an der Seite Assad ein Stück weit hineinmanöviert hat. Ja, Sie nennen so ganz oft Russland und das scheint der Schlüssel zu sein. Hat da Deutschland, hat die EU die Hand an diesem Schlüssel irgendwie oder wie man es auch immer bezeichnen mag? Russland hat nicht davor zurückgeschreckt, mit militärischer Macht an der Seite Assads zu kämpfen. Russland hat offensichtlich auch keine Skrupel mit einem Machthaber wie Assad zusammenzuarbeiten, der Fassbomben und Chemiewaffen gegen seine Opposition und seine Zivilbevölkerung einsetzt. Das ist natürlich schon ein hohes Maß an Skrupellosigkeit, dass wir uns auch als westliche Nationen so nicht antun wollen. Es ist ein Stück weit die rohe Gewalt, die dort jetzt mit Macht die Herrschaft im Land zurückgeringt. Ich finde es gut, dass wir uns nicht in diese Konfrontation, militärische Konfrontation direkt hineinbegeben, weil wir wissen, wo die Interessen Russlands sind und weil wir auch natürlich respektieren, dass das Völkerrecht, eine Regierung, ein Regime aus dem Weg zu räumen, so ohne weiteres nicht zulässt. Aber wir hoffen schon darauf, dass Russland erkennt, dass es sich mit dieser Politik ein Stück weit isoliert in der Völkergemeinschaft, dass damit auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland ein Stück weit erschwert und belastet werden und nicht zuletzt, dass Syrien natürlich viel Geld kostet. Und stellen Sie sich vor, es gibt Frieden in Syrien und der Westen würde sagen, es ist Herrschaftsgebiet Russlands. Russland hat dieses Land faktisch besetzt, also muss Russland auch den Wiederaufbau des Landes finanzieren. Da wäre Russland meines Erachtens komplett überfordert. Und allein auch aus dem Aspekt, dass ein friedliches, ein befriedetes Syrien enorme finanzielle Mittel und wirtschaftliche Kontakte braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, dürfte Putin vielleicht schon auch motivieren, mit dem Westen in dieser Frage zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist Frieden in Syrien und auf dem Weg dorthin habe ich sprechen dürfen mit Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher von der CDU zur ESU-Bundestagsfraktion. Herzlichen Dank dafür. Auf Wiedersehen.